Ja, die Verhandlungen mit den Parteien laufen weiter. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, bei allen Sendungen überhaupt. Ja, dabei bei den Verhandlungen ist auch nochmal die Frage aufgetaucht, wie hätte man dieses Elend und Leid der letzten 400.000 Jahre, all die Kriege, all die Menschenabschlachtungen, all dieses Warten in Blut und all diese Seuchen und Krankheiten und Krebs und Herzinfarkt und all dieses Leiden, dieses unzählige Massenleiden der Menschheit der letzten 400.000 Jahre. Hätte man das nicht irgendwie verhindern können? Ja, man hätte es verhindern können, wenn der Satz, der auf unserer Homepage steht, berücksichtigt worden wäre. Darstellt nämlich, und zwar vor 400.000 Jahren berücksichtigt worden wäre, Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke positive Anreize-PAs. Also, man hätte also vor 400.000 Jahren sich klar sein müssen, okay, wir haben jetzt den Tausch erfunden. Da ist nichts passiert, aber danach wurde dann schnell der Tauschhandel erfunden, sehr schnell auch der Tausch der Fernhandel. Und quasi Markt- und Arbeitsteilung kamen auf und wurden erfunden. Und jetzt hätte man sich klar sein müssen, ja, hoppla, das ist jetzt nicht mehr einfach ein Kommunenleben, sondern das ist jetzt Gesellschaft. Gesellschaft mit Wirtschaft, mit Tauschhandel und, 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 ja, mit Arbeitsteilung, Markt. Und können wir da einfach genauso weiterleben wie bisher? Man hätte dann erkennen müssen, nein, Gesellschaft kann niemals funktionieren ohne starke positive Anreize. Denn wenn ich die Händler nicht dafür belohne, wenn sie darauf hinwirken, dass es uns besser geht, unser Wohlfühlen gesteigert wird, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit gesteigert wird, dann fangen die an, ohne dass es ihnen bewusst ist, über vorteilbringende Irrtümer, über parasitäre Meme, über Killerviren des Geistes, sich selbst und uns durchzumanipulieren, sodass unser aller Leben zerstört wird, weil zerstörte Menschen tatsächlich mehr Güter kaufen, mehr Konsumsucht an den Tag legen, mehr Kaufsucht, mehr Shoppingsucht und deswegen den Frühhändlern auch mehr abkaufen. Das heißt also, die ganze Evolution der vorteilbringenden Irrtümer, die massenhafte Durchseuchung der gesamten Weltbevölkerung mit vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killerviren des Geistes, hätte verhindert werden können, wenn man von Anfang an unserem Satz gefolgt wäre. Vorsicht, Gesellschaft kann niemals funktionieren ohne starke positive Anreize. Und so haben dann aber die vorteilbringenden Irrtümer, der Frühwaffenhändler zum Beispiel, dazu geführt, dass die lauter Geschichten erzählt haben, die den Kunden, die die Kunden dazu gebracht haben, immer mehr Waffen zu kaufen und immer mehr Präventivkriege in Betracht zu ziehen, bis dann endlich eine Gruppierung einen ersten Präventivkrieg tatsächlich durchgeführt hat, so nach dem Motto, ja, wenn in den ganzen Geschichten immer erzählt wird, dass eine Gruppe die andere Gruppe nachts überfallen hätte und totgeschlagen hätte, dann überfallen wir doch lieber die anderen Gruppen und schlagen die tot, bevor die uns überfallen und tot schlagen. Und irgendwann kommt es zu einer ersten solchen Handlung und dann haben die Händler gewonnen, weil ab dem Moment geht es immer hin und her. Ja, die einen haben die anderen totgeschlagen und dann kommt der Rache und dann fangen jetzt plötzlich werden ja diese Märchen, die erzählt wurden, Realitätsberichte, weil plötzlich gibt es ja einen ersten, nach einer langen Zeit von Pazifismus, einen langen, gibt es einen ersten tatsächlichen kriegerischen Akt und über den können ja die Händler dann wieder berichten und jetzt plötzlich wurde aus ihrem Märchen Realität und dadurch sozusagen jagte jetzt ein Krieg nach dem anderen und der Einzige, der was davon hatte, waren die Frühwaffenhändler mit ihren Steinexten und was auch immer sie dann vertrieben haben sozusagen. Ja, und der Punkt ist, dass die Menschheit sozusagen ist in den letzten 400.000 Jahren leider, weil es den Weltrat und die nextscientistsforfuture.de noch nicht gab und auch die Inspiration durch Professor Richard Dawkins noch nicht gab, der ja als der weltweit wichtigste Denker bezeichnet wurde, siehe Wikipedia und der also quasi unser Vorgänger ist sozusagen. Der hat uns inspiriert und wir sind die, die seine Inspiration zu Ende entwickelt haben und eben mit Weltrat und nextscientistsforfuture haben wir jetzt endlich den vollständigen Durchblick, wie die Welt funktioniert. Die Aufklärung ist also abgeschlossen. Das Zeitalter der Aufklärung ist erfolgreich abgeschlossen. Und wir wissen jetzt halt auch genau, wie wir das Problem lösen können, aber das Gehirn der Menschen macht nicht mit. Seit 400.000 Jahren spielte das Gehirn der Menschheit nicht mit und verstand diesen Satz nicht. Gesellschaft kann nicht und niemals und nimmer funktionieren ohne starke positive Anreize, weil die starken positiven Anreize das Ausbreiten dieser vorteilbringenden Irrtümer verhindert hätten sozusagen und verhindern würden und das Aussterben der vorteilbringenden Irrtümer einleiten würden. Denn wenn ich starke positive Anreize setze, also der Waffenhändler nur noch dann belohnt wird, wenn es mehr Frieden in der Welt gibt und weniger getötete Menschen, dann wird sein Schwerpunkt nicht mehr auf dem Verkauf möglichst vieler Waffen liegen und auf der Provokation möglichst vieler Kriege durch unbewusste, nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer, sondern er wird sozusagen Friedensförderer, Friedensarbeiter in alle Welt aussenden, um die Konflikte zu reduzieren, weil er dann am meisten Geld kriegt. Das heißt, die Rüstungsfirmen, die Waffenfirmen werden durch neue positive Anreize umgewandelt in Friedenserhaltungs- und Friedensförderungsfirmen. Aber dazu fehlt die Gehirngröße der Menschheit oder das Gehirn der Menschheit. Und das Dilemma ist, dass unser Schluck Wasser, dass unsere Gehirngröße durch den schädlichen Einfluss des Fehlens von positiven Anreizen in der Gesellschaft, kommt es zu einer Evolution, und zwar zu einer Rück-Evolution, einer Regression, einer Rück-Evolution in Richtung kleinere Gehirngröße. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal, wie das genau abläuft, aber viele Wissenschaftler vermuten, dass wir in den letzten 40.000 Jahren eine Rück-Evolution hinter uns haben und schon 0,15 Liter, also fast ein Bierglas voll an Gehirnsubstanz verloren haben und entsprechend dümmer geworden sind und deswegen jetzt auch immer weniger die Lösung verstehen könnten, nämlich Gesellschaft kann niemals funktionieren ohne starke positive Anreize. Weil nämlich dann, wenn man keine starken positiven Anreize setzt, die ganze Menschheit durchseucht wird mit einer Masse an vorteilbringenden Irrtümern aller verschiedenen Sparten, also mit den parasitären Memen und Killerviren des Geistes, durchseucht wird, beschädigt wird, zerstört wird, unglücklich gemacht wird, krank gemacht wird und zu Kunden verwandelt wird. Ja, und von daher könnte es sein, dass alles, was wir hier machen, völlig sinnlos ist. Aber was sollen wir sonst machen? Wir machen es vielleicht trotzdem. Wir machen es in der Hoffnung, dass vielleicht doch die reduzierte Gehirngröße der Menschheit doch noch irgendwie ausreichen könnte, dass sie diese Wende der Menschheit, 400.000 Jahre Elend und Leid, zu den nächsten Millionen Jahren von Paradies auf Erden sozusagen schaffen kann. Also genau genommen ist alles, was wir tun, das Experiment, ist das Gehirn der Menschheit jetzt noch groß genug in seinem Degenerationsprozess oder Regressionsprozess in seiner Rückentwicklung und Rück-Evolution, ist das durch die durchschnittliche Gehirngröße der Menschheit noch groß genug, um diesen Grundgedanken zu verstehen? Oder ist sie nicht groß genug und dann war unsere ganze Arbeit völlig nutzlos und ergebnislos und chancenlos? Aber was sollen wir sonst tun, als es zu versuchen, die Menschheit zu retten? Aber es gibt keine Garantie auf Erfolg, weil es sein kann, dass am Ende steht, das Gehirn der Menschheit wird immer kleiner im Durchschnitt, die Menschheit wird immer primitiver und entfernt sich so von dem Lösungsgedanken, nämlich Gesellschaft kann nicht und niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, von dem entfernt sie sich immer weiter von dieser Erkenntnis und dann wird das Leiden, ein Schrecken ohne Ende, das Leiden ohne Ende immer weiter gehen. Ja, tschüssi, bis bald, aber vielleicht passiert ja bald ein Wunder, wer weiß. Tschüssi, bis bald.